Wir schauen uns an, von Tobias Huch, Bestrafungsantrag durch Shoyoka droht Haft. Die Attacken Shoyokas gegen mich werden nicht weniger. Pausenlos bin ich bei ihr Thema auf Twitter oder zuletzt am Donnerstag in ihrem Stream auf Twitch. Fast eine Stunde, viel dauernd der Name hoch hier, hoch da und wie seltsam doch mein Anwalt sei und dass ich auf GoFundMe meine Community schröpfe. Witzig, sich da so aus dem Fenster zu lehnen. Gerade bei der Anwaltssache, gerade über andere Anwälte herziehen, während der eigene Anwalt den wohl komischsten Text auf seiner Seite gepostet hat, den jemals ein Mensch gepostet hat. Crazy. Langweilig. Dabei musste mein Anwalt aufarbeiten, dass Shoyoka so viele Leute im Internet anpöbelt und sich dann als Opfer sieht, wenn die Leute reagieren. Deswegen sind die Schriftsätze übrigens so lang, liebe Pia. Er hat aufgearbeitet, mit wem sie alles Stress anfängt und Shoyoka gefällt es anscheinend nicht, wenn man ihr den Spiegel vorhält. Nun, ja, ich bin mir sicher, mein Anwalt könnte gegen sie vorgehen, weil Shoyoka auch über ihn einfach Unsinn erzählt. Aber er ist nicht viel Müller-Römer und konzentriert sich lieber auf die Mandatsarbeit, also auf mich. Jedenfalls ist er der Letzte, der das Geld aus der Tasche seiner Mandanten zieht. Und das wissen alle, die ihn als ihren Anwalt kennengelernt haben. Vor allem ich weiß das. Nur zur Klarstellung, weil Shoyoka da ja was anderes behauptet. Jedenfalls, bla 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 Männer hier, bla 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 Boys Club. Das Thema hoch bringt ja zumindest Reichweite, wenn über 2000 Zuschauer dabei sind. Und da sprudeln auch die Subs und die Gifted Subs. Pecunia non OLED, wie der Lateiner sagt, Geld stinkt nicht. Für mich als Katzenfreak... Boah, aber habt ihr schon mal an Geld gerochen, Chad? Habt ihr schon mal irgendwie so ganz viel Kleingeld in der Hand gehabt? Und das dann zur Seite gelegt? War es jedenfalls ganz interessant, dass sie jetzt versucht, die Sprache der Katzen zu lernen. Katzen, das sind großartige Tiere. Es gibt nichts Besseres. Zumindest da stimme ich mit Shoyoka überein. Kurz vor der mündlichen Verhandlung in den beiden Shoyoka-Prozessen am Landgericht Frankfurt hat ihr Anwalt Stefan Müller-Römer, das ist der, der nicht Clown-Anwalt genannt werden will, aber vor dem OLG Frankfurt kürzlich dazu verloren hat, einen Bestrafungsantrag an das Gericht geschickt. Ich hatte tatsächlich in einem Video übersehen, dass ich... Imagine... Ey, das ist halt so, es tut mir irgendwie so leid für den. Imagine, Leute nennen dich so, boah, voll der Clown-Anwalt. Und du bist so, nein, nenn mich nicht so, bitte, ich bin kein Clown. Geht so vorgerichtet, bitte, ich will nicht mehr, dass die mich so nennen. Und dann verliert er, es tut mir so leid, wirklich. Es tut mir richtig leid für ihn, der Arme. Der Arme, ey. Einen Satz gesagt hatte, den mir aktuell durch das Landgericht Frankfurt verboten ist. Das kann vorkommen. In so circa 1000 Minuten Content auf YouTube kann man sowas mal übersehen. Und ja, sie hat natürlich recht, dass ich den Satz rausschneiden oder das Video offline nehmen muss. Vollkommen richtig. Da motze ich auch gar nicht. Aber zur Erklärung, da ich davon ausgehe, dass ich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gewinnen werde, schneide ich keine Sätze raus. Ich lösche auch nicht die Videos. Ich nehme die Videos offline, damit ich sie dann nach einem Sieg von dem OLG wieder online nehmen kann. Re-Uploads, das ist nicht so mein Ding. Das bringt zwar sehr, sehr viel Geld, aber finde ich irgendwie kosmetisch nicht schön für den Kanal. Es will jetzt nicht sagen, dass du stinkst, aber es tatsächlich kann Kleingeld nicht stinken. Es reagiert nur mit deiner Haut, Schweiß und setzt dann diesen Duft frei. Aber riechen tut das Geld nicht. Ah, okay, dann bin ich das. Dann stink ich. Jedenfalls hatte ich das in diesem Video übersehen. Das war ein Video über Stay. Und Shuyoka witterte ihre Chance, mir mit einem Bestrafungsantrag eine mitzugeben. Das ist ihr gutes Recht. Auch wenn eine E-Mail mit dem Hinweis gereicht hätte, wenn sie doch die Inhalte gerne offline sehen will. So hatte ich das jedenfalls damals gemacht, als ich im Rechtsstreit mit ABK lag. Ein Video hat er nicht offline genommen und ich hatte kein Interesse, ihm irgendwie finanziellen Schaden zuzufügen. Also habe ich durch YouTube manuell das Video rausnehmen lassen. Kein Strike, keine Kosten, einfach nur ein netter Hinweis. Dieses faire Verhalten von mir bildete dann vermutlich auch das mittlerweile recht gute Verhältnis, was ABK und ich miteinander haben. Das nur als kleiner Ausflug, wie unterschiedlich doch Shuyoka und ich sind. Außer bei den Katzen. Sie wollte, dass ich bestraft werde. Hart bestraft werde. Oh ja, ich war ein böser Junge. Recht. Jetzt würde das voll... Warte mal. Ich wollte eigentlich den Clip, wo Montana Black sich so auf den Po haut. Entschuldigung. Ich dachte, das würde jetzt voll gut dazu passen, wenn ich jetzt so diesen Clip habe, wo Montana Black irgendwie so... Uh, Daddy. Oder irgendwie so macht und sich so auf den Po haut. Weil ich dachte, okay, das würde voll gut dazu passen gerade. Ich habe ihn nicht gefunden. Vergesst einfach, was gerade passiert ist, Chat. Rechtsanwalt Müller-Römer schrieb also in die Vergründung seines Bestrafungsantrags und ich zitiere. Aufgrund der großen Reichweite des Videos und der Tatsache, dass der Schuldner das Video absichtlich nicht gelöscht hat und seine Hetzkampagne gegen die Gläubigerin unvermindert fortführt, erscheint ein Ordnungsgeld von nicht weniger als 20.000 Euro angemessen. Da ist sie wieder, die angebliche Hetzkampagne. Wenn man eine Unwahrheit nur oft genug wiederholt, wird sie vielleicht irgendwann mal zur Wahrheit. Billige Kommunikationsstrategie oder Autosuggestion. Und angeblich hätte ich absichtlich das Video nicht gelöscht, was natürlich kompletter Unsinn ist, denn alle anderen Videos waren offline. Und von diesem wusste ich halt einfach nichts. Kann vorkommen bei 1.000 Videos auf dem Kanal. Nicht weniger als 20.000 Euro. Ja, das ist die Forderung. Genau. Eine Geldstrafe, die noch nicht mal... Vor allem, wieso schreibt man denn da nicht einfach? Wieso kriegt er nicht irgendwie eine Abmahnung oder so? Der schreibt so, ey, da ist noch ein Video, nimm das bitte auch raus. Einfach mal so, nö, wir hätten jetzt bitte gerne 20.000 Euro. Ein AfD-Bundestagsabgeordneter bekommt, wenn er mehrfach gegen einen Beschluss verstößt und dazu noch das Gericht verspottet. Aber der böse, böse Tobias, der ein Video übersehen hat, in dem böse 5 Minuten enthalten sind und das in den letzten 38 Tage böse 322 Mal aufgerufen wurde, der muss bestraft werden, bis das Konto leer ist. So will man es in Berlin. Für eine Schuyoka, die ja relativ gut verdient, sind 20.000 Euro vielleicht nicht so viel Geld, aber für einen kleinen Streamer und YouTuber wie mich entsprechen 20.000 Euro in etwa dem Gewinn eines halben Jahres. Welche Absicht steckt dahinter? Will man mir das Budget für meine Verteidigung nehmen, weil das OLG-Verfahren droht? Ist es einfach nur bösartig viel? Oder ist es die Unkenntnis über die übliche Höhe von Orten? Ich glaube einfach, also keine Ahnung, hat irgendjemand mal Schuyokas Anwalt in echt gesehen? Weil bei meiner Meinung nach ist das einfach, bist du dir sicher? Weil ich glaube irgendwie, dass das, wie heißt die, Freiraum Reh? Freiraum Reh, auf den Schultern Schuyoka, großer Trenchcoat, vielleicht einen Hut und eine Brille auf, Fake Bart. Weil irgendwie ist das alles immer so willkürlich, was da passiert. Das wirkt alles nicht so, wie als wäre es von einem Anwalt geschrieben. Jede Vermutung zöge wahrscheinlich ein neues Verfahren wegen unwahrer Tatsachen. Ja, weil mir so Verzirkusmusik in den Kopf kam. Also muss der Klauenanwalt gewesen sein. KI-Anwalt. Sag ich ganz klar und deutlich, keine Ahnung. Jeder kann sich da sein Teil denken, ich sag dazu nicht viel. Nun ja, mein Anwalt Dr. Nick Sarafi hat jedenfalls sofort reagiert und dem Gericht im Detail erklärt, dass es unabsichtlich passiert ist und dass quasi niemand diesen Verstoß zur Kenntnis genommen hat. Außer man durchsucht meine Videos, um mir irgendwie ans Bein pissen zu können. Gell, Dave? Auch KuchenTV hat so einen Bestrafungsantrag bekommen, weil er zitiert hat, was er nicht mehr sagen darf im Kontext von Berichterstattung. Ich bin der festen Überzeugung, dass er das Recht dazu hat. Aber ich selbst war da übrigens mehr als vorsichtig, da ich schon in den Schriftsätzen von Rechtsanwalt Müller-Römer sehen konnte, wohin der Hase läuft. Bei KuchenTV wurde sogar eine Straf von 50.000 Euro gefordert. Absoluter Wahnsinn. Nun habe ich einen neuen Beschluss des Landgerichtes Frankfurt auf dem Tisch. Diesmal zum Bestrafungsantrag. Das Gericht hat diese absurde, hohe Forderung jedenfalls nicht mitgemacht und eine Strafe gewählt, die durchaus angemessen für einen solchen geringfügigen Verstoß ist. Und diese Höhe akzeptiere ich auch demütig und mit allem Respekt vor dem Landgericht Frankfurt. 200 Euro. Ja, ist doch fast das Gleiche. 200, 20.000, wer macht da schon einen Unterschied? Also 99 Prozent ihres Antrags zählt man den Wunsch der Geldstrafe von 20.000 Euro zum Antrag, obwohl er in der Begründung stand dazu, verloren. 200 Euro von 20.000 Euro sind ein Prozent. 99 Prozent, also 19.800 Euro, gingen nicht durch. Ich bin gespannt, wie sie auf Twitter diesen Sieg schönreden wird. Vermutlich wird Def irgendeinen Unsinn einfallen, wie auch schon in den letzten Wochen und Monaten. Im Beschluss steht übrigens auch ersatzweise für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, ordnungshaft von einem Tag. Ein Tag Knast als Strafe. Kann ich mir das aussuchen? Mein Anwalt prüft das jedenfalls. Boah, das ist mir mal passiert, Chat. Das ist crazy. Also nicht, dass ich einen Tag in den Knast gekommen bin oder so. Aber ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich, als ich 18 wurde, so quasi zum 18. Geburtstag ganz cool Schuldengeschenk bekommen habe. Und dann plötzlich irgendein Mann vor meiner Tür stand mit so einem Aktenkoffer und irgendwie gemeint hat, so, du hast jetzt zwei Optionen, unterschreib mir diese Pfändungserlaubnis, bla bla. Ich weiß nicht mehr, das ist lange her. Ich bin schon lange nicht mehr in der Nähe von 18, aber unterschreib mir das jetzt oder du musst ins Gefängnis. Und ich glaube, so heute als Stand Erwachsene war das nicht legit, was da gemacht wurde. Überhaupt nicht. Das war voll die irgendwie Nötigung. Aber mir wurde auch mal gedroht, so, wenn du das nicht unterschreibst, dann kann ich für nichts versprechen und dann kommst du ins Gefängnis für so wahrscheinlich nicht lange. Aber das war crazy. Das war wirklich crazy. Stellt euch das mal vor, Chat. Stellt euch mal mich im Gefängnis vor. Ich hätte jetzt ein Tattoo, sage ich. Im Gesicht. Ich wäre jetzt eine andere. Ein Tag JVA im Kampf für die Meinungsfreiheit. Das hat schon irgendwie was. Knast macht ja bekanntlich Männer. Sagt zumindest eine Dame aus einem bekannten Plan. Und schon habe ich Street Credibility. Durch Shoyoka zum Knast-Tattoo oder Bus bauen für guten TV. Ich weiß noch, wie du einfach erzählt hast, dass du aus der Sehne Hose geklaut hast. Ja, das ist mir auch passiert. Ja, wirklich mal aus der Sehne Hose geklaut. So im Montan. Oh mein Gott. Ja, ja. Einfach Rolex hätte ich jetzt im Gesicht. Warum? Witzig wäre es schon. Ein alter, weißer, auf Krawall gebürsteter Sisman. Aber Tobias würde ich mir auch gut im Gefängnis vorstellen. Stell ich mir schon lustig vor im Gefängnis den Tobias. Den sehe ich da. Ich finde nämlich auch, dass der Tobias so eine leicht kriminelle Ausstrahlung hat. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil ich vermute, dass er keine Seele hat. Aber ja, wird schon passen. Einer 15 Quadratmeter Zelle mit einem ADHS-YouTuber. Ich finde das auch gut. Danach dann Knast-Biografie als Buch, Livestream mit Sinan G und eigene Doku bei Spiegel TV. Was ist eure Meinung? 200 Euro an Vater Staat oder einen Tag? Wie macht man das, dass man das sehen kann? Bei mir ist immer hier diese Anzeige am Ende mit diesen nächsten Videos. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die ausschalte, damit ich sehen kann, was hier geschrieben wird? In der JVA, hier ein Schwarzfahrer. Schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Vielleicht sehen wir uns bald, wenn ich Freigang habe. Bis dann. Okay. Ja, wild. Vielleicht zeige ich auch mal jemanden an und verlange 20.000 bis 50.000 Euro für irgendwas. Das ist crazy. Das ist crazy. Ich bin gespannt, was da jetzt noch alles passiert mit Shoyoka. Ich dachte ja ehrlich gesagt, dass das Thema jetzt durch ist. Scheinbar ja nicht. Scheinbar passiert da noch was oder passiert ab und zu was. Nochmal Beispiel Joka in Bezug auf Tobias Huch und Kuchen. Ich weiß auch gar nicht, ob das mittlerweile wirklich gemacht wird, um maximale Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es ihr halt irgendwie auch vielleicht gut tut. Also jetzt nicht seelisch, sondern finanziell. Kann natürlich auch sein. Mal gucken.